Hallo, dickes fettes Live-Programm in den nächsten Tagen bei mir, Writing Bull auf Twitch. Die Livestreams, die Aufzeichnungen wie gehabt, wie gewohnt auf YouTube am 8.9. Februar. Zum Beispiel Through the Darkest of Times, Curious Expedition 2, also Livestreams und Transport Fever 2 in den nächsten Tagen auch an 1800, gekoppelt mit einem Besuch bei den Entwicklern bei Bluebyte ab der Reihe nach. Dieses Spiel, Through the Darkest of Times, setzen unsere Livestream-Reihe fort. Am Samstag, den 8., am Sonntag, den 9., am Dienstag, den 11. Februar, immer abends ab 20 Uhr. Hochdramatisch, wir spielen eine zivile Widerstandsgruppe im Dritten Reich, kämpfen gegen das Naziregime. 1933 hat es angefangen, mittlerweile sind wir zu Beginn des letzten Kapitels im Kriegswinter 1945 angekommen. Sehr dramatische Entscheidungen, mal gucken, was wir noch reißen können jetzt in den letzten Monaten des Krieges mit unserer kleinen Widerstandsgruppe. Schätze, drei Livestreams etwa noch wird das laufen. Sehr spannend und auch sehr spannend mit euch alle Diskussionen zu führen über unsere Entscheidungen. Lange Sonntag mit WB, am 9. Februar, mittlerweile schon Traditionsformat, immer ab 12 bis ungefähr bis 12. 12 Stunden Streamen, Open End formal. Unter anderem diesmal um 12 Uhr geht es los mit Curious Expedition 2, Weltpremiere. Das ist das erste Mal überhaupt ein Preview-Stream mit der Alpha-Version dieses Spieles und mit Riyad Jemili als Gast, dem Entwickler aus Berlin, mit dem ich zusammenstehe, ein erstes Preview-Video für euch gemacht hat. Jetzt exklusiv für euch der erste Livestream. Das wäre niemand sich beschwert, es gäbe ja nicht ganz besondere Inhalte zu sehen bei unseren Livestreams. Ab 15 Uhr, ich zocke das Spiel, Riyad ist zugeschaltet, wir quatschen darüber, ihr könnt ihm auch Fragen stellen, Mischungen aus Let's Talk und Let's Play. Freue ich mich sehr drauf. Das ist jetzt am Sonntag ab 15 Uhr und die Aufzeichnung, falls ihr das verpasst, danach dann auch auf YouTube, ein Expeditionssimulator, ein Strategiespiel, bei dem wir im vektorianischen Zeitalter des 19. Jahrhunderts eine Expedition nach Übersee schicken in exotische Gefilde. Dann, Through the Darkest of Times, am 9. ebenfalls abends, wieder ab 20 Uhr, habe ich euch schon erzählt. Es gibt immer noch ein Community-Gutschein-Code, den ich euch bei Gamesplanet zu diesem Spiel besorgt habe. Ihr könnt das Spiel noch bis einschließlich 2. Februar doch ein bisschen Freiswetter bekommen. Alle Infos dazu packe ich euch in die Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube, wie der Community-Gutschein-Code lautet und über welche Shop-Links er benutzbar ist. Ebenfalls gibt es mittlerweile einen Gutschein für dieses Spiel, für Panzer Corps 2. Da läuft ebenfalls demnächst eine Beta, leider nur für wenige Tage. Die teuerste der Editionen, die es gibt, verschiedene gibt es. Die Field-Marshell-Edition erlaubt die Teilnahme bei der Beta und die ist auch schon vorbestellbar. Darauf Shop-Links und Gutschein-Code in der Textbeschreibung. Diese Videos auf YouTube ebenfalls. Ich will nicht verhehlen, es fühlt sich ein bisschen komisch an, da spielen wir auf Seiten der Deutschen mit ein paar Rollenspielelementen auch, die ich als Entwickler, glaube ich, nicht eingebaut hätte. Das ist als Rundentaktikspiel toll, aber warum man diese leichten Rollenspielelemente hat, erschließt sich mir nicht ganz. Aber trotzdem als Rundentaktikspiel ist das eine schöne und feine Geschichte. An 1800, wir haben einen Stream am 12. am Mittwoch, den 12. abends ab 20 Uhr. An 1800, die Passage. Ich habe das auch deshalb wieder im Programm, weil ich die Entwickler besuche. Am 13. Donnerstag, den 13. von 12 bis 15 Uhr streame ich zu Gast bei Blue Byte, bei den Entwicklern, die mir übrigens die Reisekosten bezahlen, vielen lieben Dank, in Mainz, ein Koop-Match mit Entwicklern und mit drei Leuten von euch, von der Community, der Marcel macht zum Beispiel mit, unser Community-Moderator läuft als Stream auf Twitch bei mir am 13. von 12 bis 15 Uhr. Ja, und das ist das ganze Programm. Viel Frühwürde Darkest of Times, viel Anno 1800, Curious Expedition 2, Transport 2, volles Programm die nächsten Tage. Freue mich sehr darauf, euch das alles anbieten zu können. Das Let's Play mit den Maori, mit Civilization VI, läuft in Kürze aus. Das Neueste, habe ich auch schon aufgenommen, die erste Folge. Freut euch drauf, es gibt ein paar Premiere-YouTube-Videos mit dem neuen Let's Play. Mehr Infos erzähle ich es aber erstmal nur den Leuten auf Patreon, die den Programmplan bekommen. Da spoilere ich ein bisschen mehr, wann welches Video kommt zum Beispiel, wann welches neues, wann welches neue Civilization-Video kommt von dem Let's Play, dem neuen. Kleine Geheimnisse für die Patrons. Liebe Grüße, bis bald. Bis zu den Live-Streams. Tschüss. Tschüss. Jessup.